Die Adventszeit ist für mich eine Zeit des Rückschauens auf die vergangenen Monate. Ich habe einen großen Bekannten- und Familienkreis. Ich denke an Feiern mit der Familie und Freunden. Diesmal war durch Corona alles anders. Ich hatte Quarantäne, 14 Tage. Ich habe es Gott sei Dank überstanden und ich habe in der Zeit von Advent alles vorbereitet für Heiligabend, für die Bescherung. Wir können aber erst Heiligabend am ersten Feiertag feiern, weil ich Heiligabend in der Kirchenmesnerdienst mache und das dreimal und bis ich abends heimkomme, ist es fast Mitternacht. Und ich lasse es mir in der Adventszeit gut gehen. Ich trinke Tee, ich trinke Glühwein, ich esse Plätzchen und ich zünde immer früh eine Kerze an. Die brennt, solange ich zu Hause bin, dann wird sie ausgemacht. Wenn ich wiederkomme, zünde ich sie wieder an und das ist meine ruhige Zeit im Advent. Bis zum nächsten Mal.